Arsö? Mossell beim Fischeforscheirchen Mossell beim Fischeforscheirchen Oh, ich müsste mein Glitterfisch noch rumschwimmen Mit dem Drilling Mossell beim Fischeforscheirchen Ach, ne Hier ist was löst Hä? Ich dachte, du willst ne Runde schwimmen, hä? Ach so Weil du beißt, ja Mach mal Nö Fischeforscheirchen Tauch Hehe Ich weiß nicht, nicht Du willst nachher bloß die Kropfen anlocken, eh? Dass du Kropfen fängst, weswegen bist du jetzt baden gegangen, eh? Da schwimmt sie von dann. Mose ist ein Nachtlager. Da schwimmt sie von dann. 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 Mose ist das. Siehste? Wird er Leute verarschen? Wird er Leute verarschen? Was ist, beißt? Das kann schon durchaus sein. Halt! Sonne! Jetzt geht die Sonne weg. Jetzt rauschen sie gleich noch. Es wird wieder trocken. Es wird wieder trocken. Das ist doch kein Problem. Ich hab' heute keine Ambiente. Was? Ich hab' heute keine Ambiente reinzugehen. Ne? Wieso nicht? Halt! 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 Siehste? Halt! 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 Wchenne mal kurz doch, he? Jetzt geht sie zur Zeit. Halt! 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 Wunsch! Er kommt nicht gold! Ja? Wo war doch da Leipzig? Wo war doch da eigentlich, ne? Campingplatz. Naja, das kennt man eigentlich nicht. Normal ist ja immer warm. Das war so. Na, jetzt riech's aber. Mach fort! Mach fort! Das ist geil! Na hin! Fortgehen! Ich hab' nicht mehr wurde. Das tust gut. Ja, dann wird er krank. Schlupfen muss, dann weiter geil. Nicht mit Angeln gehen. Nächste Mal, was soll ich Kopfen fangen? Hängebauchkopfen. 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 Weiß nicht. Ich kann das nicht dringen, ne? Haben wir das extra? Haben wir selber gesehen? Ja? So, ich hab' ihn rausgekommen. Kopfen. Das ist klar. Das ist warm, 23 Stück. Mhm. Mhm.